Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal aus meinem Bett. Warum? Weil es einfach unglaublich gemütlich ist. Und ich habe euch gleichzeitig wirklich viel zu erzählen habe, vor allem, warum eine Frau nicht komplett ist, wenn sie nicht ihren Divine Design Seelenpartner an ihrer Seite hat. Ja, was meine ich damit? Damit, viele Frauen kommen in meine Welt, weil sie ihren SP zurück wollen. Warum wollen sie ihren SP zurück? Warum willst du deinen SP zurück? Ja, wenn ich dich das frage, dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, weil er mir so fehlt, weil ich ihn so sehr vermisse, weil wir doch so schöne Zeit gemeinsam hatten, weil ich einsam bin ohne ihn. Was auch immer du mir sagen willst, ist nicht die Wahrheit. Weil dir geht es in Wahrheit um was ganz anderes und du weißt nicht mal, worum es geht. Du denkst, dein Verstand denkt, dein Ego-Mind denkt, oh ja, ich sehe jetzt die schönen Sachen und ja, es wäre doch so schön, wenn er da wäre und ich fühle mich einsam und all diese Dinge. Aber warum fühlst du dich einsam? Warum fehlt er dir? Was fehlt dir wirklich? Er fehlt dir nicht. Er ist nur da, um dir zu reflektieren, dass dir was fehlt. Dass dir was fehlt in dir selber. Und du weißt nicht was. Und du denkst, er ist dazu da, dein SP ist dazu da, um dir das zu bringen und dich damit aufzufüllen. Und wenn es weg ist, dann fühlst du dich noch leerer wie zuvor. Wenn er gegangen ist, wenn du gegangen bist, egal, dann fühlst du eben dieses Vermissen, eben dieses Leere, dann fühlst du das richtig intensiv. Und du denkst, es ist er, diese Leere, die er hinterlässt. Aber da war ja auch schon Leere da, als er da war. Sonst wärst du ja glücklich gewesen, sonst wärst du ja happy gewesen. Sonst wäre deine Energie nicht in die Ablehnung gegangen. Sonst wäre er jetzt noch da. Er ist gegangen, weil du ihn nicht mehr wolltest. Und die Wahrheit ist, warum du nicht wolltest, ist, weil er die Leere in dir nicht aufgefüllt hat. Weil da so viele Sachen waren, die wolltest du eigentlich. Du wusstest aber nicht, was er hat sie dir aber nicht gegeben. Du warst einfach unzufrieden und du wusstest nicht, warum. Und deswegen ist es das Großartigste der Welt, wenn du erkennst, dass, wenn du hier auf YouTube gesucht hast, wie kriege ich meinen SP zurück, kann ich meinen SP zurück manifestieren? Und du jetzt hier auf meinem Kanal gelandet bist und ich sage dir ja, du kannst ihn zurück manifestieren. Aber du musst erkennen, dass diese Reise um dich geht und nicht um ihn. Es geht nicht darum, dass er in deinem Leben sein muss, damit du komplett glücklich und erfüllt bist. Es geht darum, dass du erkennst, dass du dich suchst. Und du dachtest, du hast ihn gesucht. Und in ihm hast du dich gesehen, deine nicht erfüllte Version. Die Version von dir, die es auch gibt, die du aber nicht sein willst, die du nicht leben willst, mit der du nicht durchs Leben gehen möchtest. Und jeden Tag bei jeder Begegnung hast du gesehen, was du nicht haben willst in deinem Leben. Aber doch glaubtest du, dass es das in deinem Leben gibt, dass diese Dinge, die du siehst, dass sie Teil von deinem Leben sind, weil er ist ja Teil von deinem Leben und er ist nicht so, wie du es haben willst. Also lehnst du ihn ab, weil du das ablehnst, was du in ihm siehst. Und gleichzeitig eben das auch in dir selber ablehnst. Und dein SP ist da, damit du auf den Weg kommst, dass du erkennst, um was es wirklich geht. Dass du erkennst, dass es darum geht, dass du diese erfüllte Frau sein darfst für dich. Dass du dich mit Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Unterstützung, mit all dem, was du möchtest, was er dir gibt, was er dir zeigt, was er für dich ist. Zuerst musst du all das für dich selber sein. Weil in unserem Universum gilt nur das Gesetz der Annahme. Und deine Annahmen werden dir gezeigt von deinem Außen. Und wenn dein Außen dir eben Dinge zeigt, die du nicht annehmen willst, im anderen Sinne für dich nicht als wahr annehmen möchtest, musst du deine eigene Wahrheit über dich in deinem Inneren verändern. Das ist der einzige Weg. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du als Frau erkennst, dass es hier nicht um männliche, weibliche Energie geht. Dass es hier einzig und allein nur darum geht, dass du dich erkennst in deinem SP. Und solange du eine Version von dir in deinem SP erkennst, mit der du nicht leben möchtest, bist du für dich eben auch noch eine Version, mit der du nicht leben möchtest. Und jetzt kannst du anfangen herauszufinden, was du stattdessen möchtest, wer du stattdessen sein möchtest. Und dann musst du klar sein, dass dein SP nur das sehen kann in dir, was du auch in dir siehst. Und er kann es dir nur zeigen, wenn du es erlaubst, dass es dir gezeigt wird, dass du dir voll und ganz erlaubst, geliebt zu werden, dir voll und ganz erlaubst, getragen zu werden, gewollt zu sein. Und in allererster Linie von dir selber. Dass all deine Vorstellungen gewollt sind, dass dein Lifestyle, den du dir wünschst, dass das gewollt ist, dass es gewollt ist, dass du dich auf diese Welt hier bringst, dass es absolut gewollt und wertgeschätzt ist, was du beitragen möchtest im Sinne von Arbeit, Beruf, Business. Das musst du für dich erstmal klar kriegen. Und dann wird das Außen dir deine Klarheit widerspiegeln. Deine Klarheit ist deine Identity. Und deine Identity, die kommt nicht aus dieser menschlichen Welt. Die kommt von einem anderen Stern und die kommt aus einer anderen Energie. Die kommt aus dem Divine Design. Die kommt aus dem göttlichen Design, das keine Fehler kennt, keine Bedingungen kennt, das einfach nur kennt, wer du wirklich bist. Und schon lange entschieden hat, dass du großartig und perfekt bist, dass du gewollt bist hier in diesem Leben. Und dass das, was du willst, auch gewollt ist hier in diesem Leben. Und so bist du wahrscheinlich auf meinen Kanal gekommen, in dem du erkannt hast, wow, hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es nur um mich. Hier geht es darum, um mich zu finden, als die, die ich wirklich bin, und mich dann zu leben und zu erleben. Und vor allem, wenn du Coach bist, Berater bist, Beraterin natürlich, Coachin, wie auch immer, wenn du hier eben ein Beitrag sein möchtest für die Transformation von Menschen, für die Transformation von der Welt, geht es darum, dass du dich erstmal in deiner transformierten Version Identity erkennst. Dass du eben erkennst, dass du hier bist, um das zu tun, was du möchtest. Aber aus der Fülle und Erfüllung heraus. Und nicht, weil du eine Methode, weil du einen Ansatz, eine Art und Weise gelernt hast. Sondern, weil du weißt, wie dieses Universum funktioniert. Und weil du weißt, wer du darin bist. Und dann wird deine Arbeit als Coach, Mentorin, Beraterin, Heilerin magisch. Weil du es einfach bist. Weil du die Energie bist, der Raum bist, der alles kreiert und generiert für sich und für andere. Und bist du das nicht bedingungslos, 100 Prozent, absolut für dich anerkannt hast, wird dir immer noch irgendwas fehlen. Egal, wie viel Geld du hast. Egal, wie viele Dinge du im Außen angehäuft hast. Du wirst immer noch ein leere Gefühl in dir innen drin haben. Und immer noch glauben, es fehlt was. Und das Einzige, was fehlt, ist die Erkenntnis zu wissen, dass du alles bist. Und deinen Verstand mit ins Boot zu nehmen. Und aus dieser Perspektive deiner Divine Design Identity herauszudenken, zu leben und Rückschlüsse zu schließen, Überzeugungen zu haben, dich selbst zu sehen und dich sehen zu lassen von anderen. Und vor allem von deinem SP. Weil du bist die eine. Und all dieses Rollenverständnis, was hier in unserer Welt heute immer noch postuliert wird, das ist Human Design, das ist von Menschen gemacht. Weil sie glauben, sie sind verschiedene Rollen, sie müssen verschiedene Rollen und Aufgaben erfüllen, weil sie noch nicht wissen, dass sie die Erfüllung sind. Und zwar die One and Only, die Einzige, die einzigartige Erfüllung. Die bist du. Und dazu brauchst du nichts zu tun, nichts genügen, nicht zu passen, nicht anzupassen, sondern du musst du sein. Authentisch und absolut. In deinem Divine Design. Bedingungslos. Zusammenhanglos. Einfach die Energie der Erfüllung. Diese Energie ist die Energie der Vortex, so wie Abraham Hicks das sagt. Das ist die Christus-Energie, so wie die Bibel das sagt. Und es kommt immer nur auf das Einzige an, dass du diese Identity dir erlaubst einzunehmen. Und dein Verstand muss trainiert sein. Der muss eine neue Sprache lernen, der muss neu denken lernen, der muss bedingungslos denken. Deine Selbstgespräche müssen bedingungslos sein. Es muss eine Energie sein. Du darfst eine Energie sein. Keine Störung. Es gibt keine Störung. Deswegen heißt es auch immer nicht reagieren aufs Außen, weil das stört deine innere Energie und dann wiederum zeigt sie sich im Außen. Wenn du also etwas ändern willst und etwas transformieren möchtest, musst du komplett aussteigen aus dem, was du bisher warst, aus dem, was du bisher generiert hast, aus dem, was du bisher geglaubt hast, aus all diesen Ansichten und Rückschlüssen. Und das ist eine andere Welt. Das ist eine andere Welt. Und das suchst du als Frau. Und das findest du nicht in deinem SP. Aber wenn du es in dir selber gefunden hast, dann wird dein SP das mit dir teilen und dir zurückspiegeln, du sein. Er ist du. Er ist immer du. Er ist schon immer du gewesen. Und es wird nie was anderes sein. Und aus diesem Grund ist es auch völlig egal, welchen SP du wählst. Du kannst wählen, welchen SP du möchtest. Du wirst dieses Gesetz nicht brechen können. Aber du wirst anerkennen können, dass es dir darum gegangen ist. Immer schon. Und dass du ihn als Erlaubnisgeber oder eben als Verhinderungsgrund genutzt hast, um nicht gut genug zu sein, um nicht in deine Divine Design Perfektion einzusteigen, um irgendetwas herzunehmen, das dir noch erzählt, dass irgendetwas noch fehlt und deine Erfüllung jetzt noch nicht gegeben ist. Und wenn du das alles verstanden und umgesetzt hast, dann ist dein SP da. Dann ist er zu deiner Seite. Dann ist er da in deiner höchsten Version. Dann checkt er ein bei dir, dort, wo du es haben willst. Und bevor du halt selber noch nicht dort bist, wird dein SP immer nur da einchecken, wo du bist. Und dann wird es dir wieder nicht genügen. Dann wird es wieder nicht gut genug sein. Dann wird immer noch was fehlen. Dann ist es immer noch eine Reise. Dann ist es noch ein Wachstum. Dann ist es ein Prozess. Dann ist es eben noch nicht angekommen. Aber in unserem energetischen Universum gibt es keine Prozesse. Da gibt es nur dich. Du bist alles und du wirst reflektiert da draußen. Durch alles und durch alle. Und deswegen ist das so eine begeisternde Arbeit. Und diese Erfüllung am Ende, wenn die Arbeit sich im Außen zeigt und du auf deiner Pyramide oben sitzt, auf deiner absoluten Pyramide, und hier nehme ich natürlich jetzt gerade Bezug auf meine absolute Mastermind, die absolut heißt, wenn du dann aus diesem absoluten Wissen, aus deiner absoluten Divine Design Identity, dir dein Leben und deine Partnerschaft kreierst und die lebst und erlebst, dann wird eben nie wieder das Gefühl der Leere, des Fehlens oder es muss noch mehr, es muss noch mehr getan werden, es ist noch was nicht da. Dann ist jeden Moment die Erfüllung gegeben. Und du darfst dir eins erlauben, diese Erfüllung zu genießen und sie einfach als normal zu sehen und zu sagen, ja, das bin ich. Ich bin erfüllt und ich lebe in Erfüllung und das tue ich in meiner Partnerschaft, das tue ich in meinem Business. Und da fehlt nichts mehr, sondern es gibt nur noch ganz viele Abenteuer aus der Erfüllung raus. Es gibt die schönsten Dinge aus meinem Business heraus, die schönsten Begegnungen, die schönsten Wunder, die allerschönste Magie. Und das wartet auf jede Frau. Und es ist eben wirklich so, so wichtig, dass du genau das erkennst. Und das ist vielleicht das einzige Video, das du als Frau lernen musst, verstehen musst und zu dir zu finden und zu wissen, was bei dir zu finden ist und wie es zu finden ist. Ja, komm gerne in meine Community. Da arbeiten wir daran alle gemeinsam. Wenn du sagst, ich bin schon da, ich bin schon on, ich habe alles, dann komm, melde dich bei mir. Vielleicht bist du ja auch schon absolut und bist bereit, all, 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 all in zu gehen für das Maximum, für die Grenzenlosigkeit. Oder vielleicht darfst du noch mit in Rising Up kommen, wo du noch weiter dieses Human Design ablegst und eben Richtung absolut gehst. Auf jeden Fall herzlich, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bitte teile diese Videos. Es ist so, so, so wichtig. und du kannst natürlich auch was gewinnen, wenn wir bei 4.000 Abonnenten sind, dann verlose ich wieder eine ganz, ganz große Sache und wenn wir bei 3.000 Abonnenten sind, dann verlose ich eine kleine Sache. Deswegen schau unbedingt hier in der Beschreibungsbox unten drin, Description Box below und dann findest du auch einen Link zu meiner E-Mail-Liste, setze ich auf jeden Fall da drauf, weil dann nimmst du automatisch bei jeder Verlosung teil und kriegst auch natürlich alle Neuigkeiten, alle Angebote, alle Masterclasses, wirst du eingeladen, informiert, die dich in deiner Divine Design Reise unterstützen. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich, ich freue mich, dass du da bist und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.